Ich habe diesen Trend mit meiner Freundin in Roblox gemacht, Teil 5. Wer hat mehr Robux? Wer ist faul? Wer kann besser tanzen? Wer gibt zu viel Geld aus? Wer ist dümmer? Wer möchte, dass du diesen Kanal abonnierst? Wer ist lustiger? Liken und abonnieren für den nächsten Teil. Übel! Wer hilft, es heilt die göttliche Kraft?